Hier am Place de la Victoire ist die Hölle los. Tausende Eintracht-Fans haben sich versammelt. Jetzt geht es hier gleich zur Sache. Im Estadio, Dorot Tragao, 6000 Rund werden aus Frankfurt hier drin sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sebastian Haller Reibich bundles Thiago off the ball and he's created a chance for himself. He's entered Reibich and Frankfurt lead. We are live in Berlin. Jesus Christ. Kasinovic, the DFB Cup Final has been won by Frankfurt. Be Stefan Haller UNTERTITELUNG